Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf unserem Kanal. In diesem Video zeigen wir euch, wie verzerrte perspektivische Schrift in Photoshop erstellt. Als erstes starten wir mit dem Erstellen unseres Projektes. Dafür klicken wir einfach auf neu erstellen. Die Maße sind hierbei relativ egal. Also nimm zum Beispiel ein klassisches Maß 1920 x 1080. Klickt nun einfach auf erstellen und nun sollte das Dokument auch nach kurzem Laden erstellt sein. Als zweites müssen wir jetzt einen Text erstellen. Dafür drückt ihr einfach T oder wählt das Textwerkzeug aus. Klickt nun einfach dort wo ihr wollt oder zieht einfach so ein Feld. Ich nehme ja jetzt mal irgendeinen Beispieltext. Diesen Text nenne ich einfach mal Beispiel. Dann ändere ich die Farbe noch. Die Farbe gefällt mir jetzt nicht so. So, dann klickt ihr einfach wenn ihr fertig seid hier oben auf den Haken oder drückt Enter. Jetzt müsst ihr wieder das normale Werkzeug auswählen. Und dann klickt ihr einfach hier drauf und drückt STRG J. Damit kopiert ihr die Ebene. Das seht ihr jetzt. Wenn ich nämlich jetzt die untere unsichtbar mache, seht ihr immer noch die andere. Ähm was wir jetzt machen ist wir nehmen die untere Ebene. Doppelklicken drauf. Dann wählen wir die Farbe und machen das auf schwarz. Auf ganz schwarz. Und jetzt seht ihr. Ups jetzt habe ich aus Versehen die falsche gefärbt. Ähm ja jetzt seht ihr. Hier haben wir hier einmal eine schwarze ähm Schrift die Beispiel auf der Beispiel steht. Und einmal eine ähm ja eben blaue die unsere ganz normale Farbe ist. Und wir versetzen das ganze jetzt damit hier so ein mini Schatten entsteht. So danach wenn ihr fertig seid einfach wieder ESC drücken damit ihr es nicht mehr auswählt. Ähm so dann wählt ihr jetzt hier mit SHIFT gedrückt halten die nächste Ebene noch aus. Und dann rechts klickt ihr und klickt auf Text rastern. Jetzt sind die beiden eben schon keine Textebenen mehr sondern einfach Bilder sag ich mal. Dann könnt ihr nochmal rechts klicken und dann müsst ihr das auf eine Ebene reduzieren. Und ähm als nächstes fangen wir jetzt schon mit der perspektivischen Bearbeitung an. Dafür klickt ihr einfach auf Bearbeiten und klickt danach. Warte mal erstmal wo ich die Ebene auswählen muss. Klickt auf Bearbeiten und klickt danach auf perspektivische Verformung. Entschuldigung. Ähm so jetzt nehmt ihr das und zieht das Viereck um eure Schrift drum. Zum Beispiel jetzt so. Ähm ihr könnt es nachdem ihr jetzt losgelassen habt auch noch anpassen. Ähm aber das ist dann eben nicht mehr als Quadrat sondern ja ihr verzerrt es damit dann. Wenn man jetzt fertig ist drückt man einfach mal kurz Enter. Ähm das dauert jetzt ein wenig bisschen. Und wenn es dann fertig ist dann seht ihr dann gehen diese Linien weg. Und jetzt können wir das Ganze auch groß ziehen. Ähm indem wir jetzt zum Beispiel einfach das so machen. So und schon haben wir so einen perspektivischen Effekt gemacht. Man kann das Ganze jetzt noch steigern indem man die näher so aneinander bringt und die hinten noch kleiner macht. Ähm und dadurch könnt ihr eben die Schrift so perspektivisch machen. Wenn ihr dann fertig seid könnt ihr dann einfach Enter drücken. Und das Ganze ist auch schon fertig. Das lädt jetzt noch ein bisschen bis es wirklich gerastert ist. Und ihr seht ihr habt wirklich ne schöne perspektivische Schrift. Ähm in einem weiteren Tutorial was wir noch bringen werden. Äh zeigen wir euch wie ihr das Ganze dann auch noch gut exportieren könnt. Mit guten Einstellungen auch in verschiedenen Formaten. Aber für dieses Video war es jetzt. Ähm unterstützt euch gerne mit einer positiven Bewertung. Abonniert gerne den Kanal um keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann Ciao. Genau! Wir sind über die nächsten halbücher.